Und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma! Das Alternate mit dem werten Dreambird. Noch eine Folge meinerseits, bevor ich für nächste Woche wieder abgebe. Wow, das macht aber Spaß. Ja, dir vielleicht. Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. Ja, du katzt mich mal. Ne, gut, ihr habt es ja schon gehört, wir müssen hier eine Prüfung ablegen. Also, besser gesagt, der kleine Freund da. Und, ähm, wir müssen aber aufpassen, dass ihm nichts passiert. Und das ist gar nicht so einfach. Teilweise. So. Das heißt, wir müssen immer ein bisschen vorauslaufen, Gegner töten. Deswegen sind die auch so einfach, weil wir diese Beschützerkomponente noch haben. So, äh, ja, und da muss ich mich wohl beeilen. Der kann da bestimmt einfach nur drüber hüpfen oder so. Und ich muss hier schnell die Gegner killen. So. Also, ich vermute einfach mal, dass es so ist. Jetzt wäre der Irrgarten ja auch ein bisschen sinnlos. Ähm, ja, nette Spielerei in diesem Dungeon. Okay. Ich glaube, das war's dann hier schon. Weil wir waren ja in diesem Gebiet das letzte Mal schon. Nur leider ohne Prinz. Und ohne Prinz bringt das leider nicht so viel. Ja, und wir müssen vor dem Abschnitt auch immer auf ihn warten, so wie ich das verstanden habe. Ansonsten können wir das nochmal machen. So, bala, beinuwer ist passiert. So, ich hoffe, ich habe alle besiegt. Ich werde jetzt nochmal ihm entgegenkommen. Mal gucken, ob ich ihn finde. Äh, ich muss aber davor einen kleinen Aufnahmecheck machen. Einen Moment, bitte. Jo, da passt alles. Und, äh, ja. Eigentlich müsste der kleine Prinz jetzt hier irgendwo sein. Ich hoffe, er ist nicht gestorben. Habe ich irgendwas übersehen? Wo ist er denn? Oder ist er schon oben, oder? Wo bist du? Ich glaube, ich laufe gerade umsonst. Er ist bestimmt irgendwie schon da hochgejumpt und wartet auf mich und lacht mich dann wieder aus. Nach dem Motto, wie lange brauchst du denn... Ne, der ist definitiv irgendwo anders schon. Hoffe ich doch mal. Ähm, also hier sehe ich nichts mehr von ihm. Okay, dann gehen wir eben nach oben. Und wer... Ich habe ihn irgendwie... Ich weiß nicht, aber... Er wird den Weg doch alleine schaffen, wenn ich alle Gegner töte, oder? Alles andere wäre nervig. Komm, ah, jetzt habe ich wieder diese Problematik hier. Okay, geht schon. Geh nach oben. So, und jetzt... Das beunruhigt mich jetzt ehrlich gesagt, dass ich hier den Prinzen nirgends sehe. Jetzt kann ich den ganzen Spaß nämlich nochmal machen. Hm. Bin ich ein bisschen... Mysteriös. Das ist beunruhigend. Wir waren hier nämlich schon mal und... Es kommt da eine Stelle, da geht es anscheinend nicht mehr weiter. Ach ja, und ich komme da gar nicht mehr zurück, fällt mir ein. Und deswegen... Diese Blöcke, die da immer wieder umfallen. Ach ja, genau, so war das. Ach, komm, bitte sei hier irgendwo jetzt. Mach mir keinen Kummer. Jetzt laufen wir das Gebiet jetzt schon zum dritten Mal ab. Was jetzt nicht so schlimm wäre. Denn wir leveln ja dabei fleißig. Aber wie will er denn da hochkommen? Naja. Das sieht momentan relativ schlecht aus. Das ist die Stelle, die ich meine, wo wir irgendwie nicht weiterkommen. Wo wir eventuell die Hilfe des Löwen brauchen. Auch wenn ich mir nicht genau vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Aber er ist nicht da. Das ist ja mal wieder rosig. Ich habe doch jeden Gegner gemacht. Was willst du von mir? Jetzt muss ich sie natürlich nochmal machen. Ich hoffe, ich komme da jetzt wieder zurück problemlos. Mann, sowas ist blöd. Wie ging das nochmal hier jetzt runter? Ich glaube, einfach da, wo die Steine waren, versuchen... Irgendwie... Da bin ich doch dem letzten Part auch runtergefallen, oder? Ah ja, genau. So, wir sind aber gleich wieder da, glaube ich. Ist jetzt nicht so schlimm. Ach! Da war noch so ein Vieh. Oder wie? Oder habe ich das gekillt oder nicht? Ich weiß gar nicht. Hä? Warum lässt du dich jetzt auf einmal... Öh! Was geht denn? Ah, da ist er tatsächlich! Okay, ich muss... Ich muss vielleicht einfach ein bisschen langsamer machen. Oder diesen Schleimgegner? Habe ich den nicht gemacht? Das kann sein. Ich kann mich gerade gar nicht nämlich an einen Schleimgegner erinnern, verdammt. Das habe ich wohl zu schnell gemacht. Mein Fehler dann. Okay, aber ich mache jetzt trotzdem ein bisschen langsamer. Nein, nein, der bleibt... Ach, der bleibt da oben stehen. Ich hätte vielleicht einfach nochmal mit ihm reden müssen, wenn hier alles gecleanet ist. Ach, ich Idiot. Na gut. Da hat man es einfach zu gut gemeint. Egal. Ich werde jetzt das Gebiet zäubern und dann mit ihm reden. Ach, komm, jetzt hör auf. Mit diesem... Rösten. Komm jetzt zurück. Ich weiß, dass du irgendwo da bist. Hallo. Na bitte. Ja, die Gegner sind kein Problem, aber man sollte natürlich nicht leichtsinnig werden. Zum Glück hält der Löwe ein bisschen was aus. So zwei, drei Treffer gehen, ja. Komm, ey. Das ist nicht lustig. So, und jetzt natürlich aufpassen, dass ich nicht aus der Seine in das neue Gebiet gehe. Sonst war alles wieder für die Katz. Beziehungsweise für die Wildkatz. Äh, kommst du nochmal... So. So, nochmal runter. Ist jetzt natürlich blöd, dass ich nochmal komplett zurück muss mit dem Reden, dass er weiterläuft. Hätte man ein bisschen flexibler machen können, aber egal. Gut, ich hätte ihn auch gleich anreden können, aber dann wäre er losgestiefelt. Und ich hätte nicht gewusst, äh, ja, überlebt er das jetzt? Oder welche Route nimmt er? Dann lieber diese Lahme-Methode machen. So. Ähm. Ja, okay. Huch, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen umkehren. Ne, oder? Wieso? Er kehrt doch gar nicht um. Er läuft früchtig. Ein leicht verwirrter... Prinz. Na, das Wasser sieht so cool aus. Kann man da irgendwas dran machen? Nö. Ist einfach nur... So, einfach nur gut aussehen. Ja, das ist jetzt nicht so spannend, aber... Ähm... Ich mach da lieber langsam. Ich hab keinen Bock, ihn wieder zu verlieren. Beziehungsweise ihn aus den Augen zu verlieren. Ah, er bleibt stehen, ne? Wäre wieder so typisch gewesen. Oh, hier ist ja eine Abzweigung. Wo geht es denn weiter, Großer? Ähm... Rechts. Wir müssen ja erstmal rechts rum. Die rechte Abzweigung ist ganz sicher richtig. Hey Großer, bist du etwa ein Wahrsager? Nein. Ich hab den verdammten Weg nur schon zwei, dreimal abgelaufen. Ähm... So... Ja, das dauert jetzt halt ein bisschen. Aber was soll's. Ich würde meinen, wir kommen recht gut voran. Ich bin ja mal gespannt, was danach kommt. Wahrscheinlich können wir dann irgendwie über diesen Fluss... Und ob es dann endlich dazu kommt, dass wir die Menschen in die Welt zurückholen... Würde mich persönlich freuen. Mit, äh... Tieren und Pflanzen reden ist zwar gut und schön, aber... Auf Dauer irgendwie auch nicht das Wahre. So, wir sind endlich... Zumindest mal beim Berg. Dann kommen wir bald an die Szene, wo Ark persönlich nicht mehr weiterkommt. Und bin ich mal gespannt, ob dann was Neues passiert. So, aber ich lass ihn den Vortritt. Wir wollen ja nicht, dass das nochmal böse resettet wird oder so. Wenn ich dieses Gebiet nochmal machen muss. So. Wow, das macht aber Spaß. Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. Ja, ja. So. Dort, sieh doch. Die vielen Dämonen. Was? Dämonen? Ich werde dir folgen, um zu sehen, wie du kämpfst. Okay, aber pass auf dich auf. Oh, du bist aber stark. Ja, das sind ja auch nur billige Habchen. Ich hoffe, du lernst davon und kannst mir auch mal im Kampf helfen. Das wäre nett. Und für so einen anstehenden König wäre es ein gutes Training. Okay, ähm, dann müssen wir wieder da rüber. Cool, eine Steinbrücke. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Ich hoffe, du bist leicht genug. Ja. Nein, ist er nicht. Ah, ich muss ihm nachkommen. Wow. Ähm, das war jetzt vielleicht nicht so tolle. Geil. Ähm, Liam? Wo bist du jetzt? Ich hoffe, er wartet jetzt wieder vor der Steinbrücke. Alles andere wäre ja super nervig. Äh, also ich muss mit ihm Schritt halten. Denk, obwohl. Ach, wir müssen es einfach nochmal testen. Hilft nix. Ich hatte so Panik, dass ich da nicht mehr mitkommen kann. Und dann sowas. Oh, Mann. Naja. Muss ich halt nochmal den großen Umweg nehmen, beziehungsweise wieder ein bisschen leveln. Lüfte eigentlich bald wieder soweit sein. Ach, Mann. Wir sind so gnadenlos überstuft, hey. Durch unsere Hänger. Ich finde das irgendwie cool. Hallo? Würdest du bitte... Was ist denn jetzt schon wieder dein Problem? Okay. Ich weiß nicht, warum der da manchmal zickt bei diesem... Hm, bei diesem, ja, Bergsteigen. Gut, ich würde vielleicht auch zicken. Naja, sehr schön. Es geht hier wieder los. Gut, dann müssen wir wieder die Gegner killen. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Ja, komm. Da noch einer. So, und jetzt kommt wieder diese böse Brücke. Und diesmal ist mein Plan Schritt halten. Mal gucken, ob das klappt. Kann aber... Ja, du, es geht, ja. Oh, Mann. Das ist aber ganz schön knapp hier. Oh, nee. Bitte. Bitte. Ach komm, das ist doch blöd gemacht. Ach, Mann. Das nervt jetzt aber. Ich würde hier gleich einen Quicksale vor der Brücke machen. Das ist doch blöd, ey. Können wir nochmal den Umweg nehmen? Das Blöde ist, ich kann ja nicht so richtig mit dem Schritt halten. Ich muss ihm ja hinterher dackeln. Ah, Mann. Wenn ich da ein bisschen zu schnell dann bin, dann fällt das Ding eher runter. Und dann fallen wir zusammen runter. Und... Och, Mann. Ich hätte jetzt auch langsamer machen können am Ende. Aber dann wäre ich ja auch runtergefallen. Na gut. Ich höre auf zu pinzen. Wir machen es eben noch einmal. Aber ich werde dann definitiv da einen Quicksale machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Versuche ich da noch brauche. Vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht so ganz gecheckt. Wir werden es dann merken. Komm, spring doch jetzt da hoch, Mann. Weil leveln gut und schön, aber nach dem zweiten, dritten Anlauf wird es echt ein bisschen langweilig. Ich bin kein Freund des Quicksafes, aber ihr wisst ja, wie das ist im Let's Play. Da möchte man vorankommen. Würde ich es jetzt offline spielen, würde ich im Traum nicht dran denken, hier irgendwie zu safe stayen oder so. Dann würde ich halt das ein Dutzend Mal wieder laufen. Aber es wäre ja nicht in eurem Interesse, das jetzt wieder und wieder und wieder zu sehen. Aber ich bin ja guter Dinge, dass ich es jetzt sowieso schaffen werde. So, ich mache jetzt mal einen Quick-Safe hier, so. Mal gucken. Das ist doch eigentlich jetzt nicht so schwer. Ich muss ihm einfach nur nachdackeln. Jetzt kann ich ihm halt... Ach, nee! Ich bin aber auch so ungeschickt. Aber warte, wer fällt gerade auf? Solange man draufsteht, fällt das Ding ja gar nicht runter. Ah! Okay, also mit diesem Wissen... Komm, wir machen jetzt ganz schnell einen Quickie hier. Also, ein Lord des Quicks. So, ganz, ganz ausnahmsweise hier. Ah, Mensch, hätte ich das... Ich habe gedacht, man muss sich beeilen, aber anscheinend... Ja, gut, ich muss mich dann halt beeilen, aber das ist anscheinend ja... Dann ist das ja kein Problem, hey. Ach. So. Das war vielleicht aufregend. Ja. Ich würde da ein anderes Wort dafür in Betracht ziehen. Aber egal. Wenn es für dich Spaß macht, bitte. Ach, nee, war ich jetzt... Ach, nein. Das finde ich jetzt echt blöd. Nur weil ich jetzt vorausgegangen bin, ist jetzt das Ding wieder resettet mit dem Löwen. Jetzt kann ich den ganzen Blödsinn nochmal machen, oder? Ist er jetzt wirklich nicht da hinten in der Ecke? Och, Mann! Ich bin aber auch ein Honkli. Ich habe es doch jetzt langsam... Moment, bitte. Machen wir die lustige Szene halt noch einmal mit den Steinen. Ich habe erst überlegt, ob ich nochmal den Weg laufe, aber nee, komm. Ich habe jetzt nochmal den Safe benutzt. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich finde es halt blöd, ganz ehrlich, dass man erst mit ihm reden muss. Und dann ist das quasi getriggert. Ja, ich weiß. Meine eigene Dummheit ist ja jetzt nicht zum ersten Mal so. Also warten wir. Ja. So. Wegen diesen zwei Schritten. Wow, macht das aber Spaß. Wenn das immer so ist... Hau ab. Sonst hole ich den bösen Onkel. Oder Hyänen. Oder sonst irgendwas. So. Was machst du jetzt eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Ach ja, du bist da einfach... Oder? Was machst du? Sieh dir den Felsen an. Ja, da kannst du wahrscheinlich einfach im Zickzack-Sprung nach oben. Aber ich muss hochkraxeln. Macht ja nichts. Hey, Großer, lass uns ein Rennen nach oben machen. Auf die Plätze. Oh, Moment. Ich fange schon mal an, ne? Bin ich eine Drecksau. Er ist aber viel, viel schneller als ich. Das ist mir aber egal. Soll der König von mir aus gewinnen. Ich kann ja nicht schneller machen. Ja, jetzt gib an. Beim nächsten Feind lass ich dich dafür alleine. Haha, Großer, du hast verloren. Ja. Und ich geh nicht voraus. So. Wow, das macht aber Spaß. Ja, ja, ja. Ich weiß. So, irgendetwas stimmt hier nicht. Sei bloß vorsichtig. Ja, denn du musst mir jetzt mal sagen, wie ich hier weiterkomme, mein Freund. Ich muss mir da irgendwie helfen. Oh, das ist schlecht. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Was für eine Überraschung. Ich bekomme hier sehr selten Gäste. Lass uns feiern. Feiern? Ähm, ich kann... Okay, ich hoffe, du kommst auch mal runter. Wir haben... Oh, ich muss mich heilen. Wir haben hier einen kleinen Zwischenboss, würde ich mal sagen. Oh, der ist aber... Simba... Äh, Leon... Äh, Liam. Jetzt habe ich es. Liam. Du könntest mir ja auch mal helfen. Ich könnte ja auch mal diesen Steinkügelchen ausweichen. Soll ich es mit Magie versuchen? Ich weiß nicht. Oh, da kommt er auch mal runter. Aber das scheint ja nichts zu machen hier. Ja, das hat keinen Sinn. Der macht immer nur das Gleiche. Ja, dann gucken wir halt mal. Aber das kann ja nicht sein, dass sie Magie verlangen. Muss ja auch andere Möglichkeiten geben. Was ist, wenn wir jetzt keine hätten? Oder keine bezahlen könnten? Kann nicht sein. Naja, egal. Ich probiere es trotzdem. Wie ging das denn nochmal? Ach ja, wir müssen diese Zauberschule erstmal anwählen. Jawohl. Ausgerüstet. Und jetzt muss ich noch irgendwie da rein. Ich finde es ja nach wie vor ein bisschen umständlich gelöst, das Ganze hier. Ne, wie ging das jetzt? Utensilienrüstung? Bibliothek? Bibliothek? Muss ich da in meine Schatulle rein? Ja. So. Und da würde ich dann gerne mal den Feuerring versuchen. Zauber ist hier ohne Wirkung. Warum weiß der das dann immer so gleich im Voraus hier? Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Oder ich muss es... Ach, ich muss es doch außerhalb benutzen, glaube ich. Moment, ich muss hier raus. Ich will hier raus. So. Ich glaube, wenn ich jetzt... Was muss ich da nochmal drücken? Das hier. Genau, Feuerring. Jetzt nochmal. Ne, geht nicht. Ich fessle die Kraft des Feuers, aber ich kann sie irgendwie nicht benutzen. Ich habe das jetzt nur hier. Zauber ist hier ohne Wirkung, tatsächlich. Okay, dann ist die Lösung doch eine andere. Da würde ich gerne wieder meine Wunderknolle in das Ding reinnehmen. Ähm. Da. Wie ging das nochmal? Ja, ich werde erstmal die billige Heilknolle wieder ausrüsten, auch wenn die sehr billig mittlerweile ist. Ähm, ausrüsten, ja. Nee, nicht benutzen. Ach, ich glaube, da muss ich auf Nein gehen. Oder wie war das? Ausgerüstet, ja. Ich finde das... Ach, ich finde das ein bisschen blöd gemacht, ganz ehrlich. Egal. Was, was, was? Nee, 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 nee. Ist gut, jetzt raus hier. Und was machen wir jetzt? Soll ich nochmal weg hier? Nee, raus kann ich nicht. Ich kann hier nicht weg. Moment, Moment. Ich kann das doch eben bestimmt irgendwie entgegenschleudern. So, mal gucken. Nee, ich kann es abwehren, aber nicht entgegenschleudern. Verdammt. Ist das vielleicht so? Nee, das geht auf keinen Fall. Warte mal, was habe ich noch für Tricks drauf? Ich kann das hier, aber das bringt mir ja auch nichts. Ich komme da nicht so hoch. Ich kann nichts entgegenschleudern. Doch. Jetzt hänge ich mal übelst, Leute. Mensch. Macht doch was da oben. Muss ich mich vielleicht so stellen, dass Liam getroffen wird, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nee, das geht nicht. Mensch, dann muss doch jetzt... Was könnte ich denn noch machen? Also hier ist nichts. Ich habe meine... Riesenblatt bringt mir hier nichts. Meine Klaue bringt mir hier nichts. Verschiedene Stäbe. Ich habe hier auch keinen Fernkampf oder so. Geht gar nichts. Dornenlanze. Nee, das ist Schwachsinn. Ich habe hier nichts, was helfen könnte. Mal genau überlegen, was kann ich für Aktionen machen? Ähm, wo kann ich für Aktionen? Hier. Ich kann Springen, Sprung, Balance, Griechen nehmen, Schieben. Nee, das bringt alles nichts. Ich kann doch noch mehr. Das ist meine Flugattacke und so weiter und so fort. Egal. Ach ja, hier, die Attacken. Das habe ich gesucht. Moment. Könnte ich hier irgendwie... Vereinzelte Monster? Nee, das bringt mir nichts. Im Kampf gegen fliegende Monster. Blocken. Ein guter... Ja, aber das bringt mir alles nichts. Im Kampf gegen starke Monster und der Stich. Ja. Das bringt alles nichts. Verdammt. Was mache ich jetzt? Ich habe gerade ein bisschen überfragt, hey. Was halt auch die Magie nichts bringt. Kann mit... Die haben nicht reden. Ah, ich kann den Stein nehmen. Ah, okay. Und er bringt mir immer neu... Ah, alles klar, hey. Hey, Großer. Ja, ja. Jetzt ist alles klar. Ach, Mensch. Da muss man erst mal draufkommen, dass man den Stein nehmen kann. Okay, ich muss direkt davor. Ja, ich bin ein Held hier. Ich könnte doch mal versuchen, dem besser auszuweichen. Komm. Wir machen das jetzt mal richtig hier. So weicht man außen. Jetzt direkt davor. Und Bäm. Oh. Okay. Ach, jetzt konnte ich wieder nicht... Warum will ich ausweichen? Ich könnte doch einfach blocken, Ishii Tirod. So. Sehr schön. Mit ein bisschen Anlauf treffen wir ihn auch. Ja, wunderbar. Jetzt schaffen wir den. Und jetzt wird geblockt hier. So, wunderbar. Und zack. Ach, ist doch alles so einfach, ey. Wenn man es weiß. Ah. Da bin ich ja ein bisschen erleichtert, dass sich das noch länger hinausgezögert hat. Das macht hier aber auch so richtig Sinn da oben. Konnte man die Steine schon früher nehmen? Dann habe ich keinen einzigen Stein hochgenommen. Bisher. Das heißt, da könnten noch Mods viele Items drunter liegen und so. Mensch. Einfach mal versuchen. Aber jetzt ist es wohl zu spät. Und der Typ könnte langsam mal sterben. Denn richtig, ähm... Ja, abwechslungsreich ist der Kampf jetzt nicht. Und spannend ist es auch nicht mehr. Jetzt muss man es weiß. Aha, jetzt passiert was. Warte. Tut mir leid. Sich der Prüfung stellen zeugt von großem Mut. Es war nicht fair, aus eurer Unwissenheit Kapital zu schlagen. Ich gelobe, mich zu bessern. Nimm dieses Geschenk als Beweis dafür. Okay. Ich werde dich aber trotzdem töten, wenn das jetzt noch geht. Du Narr! Dachtest du wirklich, dass ich dich gehen lasse? Adieu! Ähm, ich wollte dich töten. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt? Hey, Großer! Ja? So spiel das Leben. Selbst wenn man älter wird, ist man vor Betrügern nicht gefeit. Jo, das stimmt wohl. Aus Dank werde ich dir dieses Los ersparen. Was hast du mit ihm gemacht? Ja, der Text geht gerade automatisch. Ich kann da nichts schneller drücken. Okay, ähm... Ich schätze, wir müssen schnell wieder nach oben kommen, oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das um die Zeit geht. Äh, ich komme hier gerade weder hoch noch runter. Hallo? Das ist für ihn! Das ist für mich. Ich werde nicht verlieren. Kämpfen die gerade, oder was? Okay. Wahrscheinlich. Äh, ich würde hier gerne... Hallo? Ich würde gerne mitmischen. Aber ich darf wohl nicht. Hm. Nee, ich komme hier nicht... Hey! Das ist aber kein gewöhnliches Löwenbaby, oder? Nein. Das ist der König der Löwen. Er reißt dir deinen schlammigen Hintern auf, hoffe ich. Wird mir dann hier raushelfen. Entschuldigung. Ich wollte wirklich nicht lügen. Verschont mich. Nein, diesmal nicht, hoffe ich. Der König entscheidet. Ich habe mich schlecht benommen. Glaub mir. Glaub mir. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Es scheint, als würde Liam vor mir erwachsen. Und da liegt was. Für wen ist das jetzt? Hey, was ist das? Hatte der Dämon das bei sich? Welch ein prächtiger Stein, so rein und leuchtend. Bewahre ihn als Andenken an unser Abenteuer. Das werde ich. Ich betrachte ihn als Zeichen großen Mutes. Lian erhält den Mondstein. Ich werde eine Möwe rufen. Einen Moment, ja? Ach, das ist aber nett von dir, dass du mir hier hilfst. Okay, wir haben den Dungeon geschafft. Es ist mal wieder ein perfekter Moment, um abzugeben. Wir werden natürlich noch schnell mit den Löwen reden und dann mal schauen, wie es weitergeht. Alter, das klappt immer so bei den Abgabepunkten. Das ist schon fast unheimlich. Ja, da werden wir wieder per Eilpost hoffentlich zu den Löwen geschickt. Ich würde nämlich gerne nochmal mit denen reden. Denn wir brauchen ja auch unser nächstes Missionsziel, sozusagen. Ja, ich werde auch wieder nachkaufen. Wobei, hier werde ich nichts kaufen. Aber hier haben wir ein paar Knollen gebraucht. Moment, wie viel? Da nur eine. Und da auch nur eine. So, den Rest haben wir, glaube ich, nie benutzt. Ja, dann lassen wir das. Okay, also los, 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 zu den Löwen. So, bis auf den einen Patzer da mit dem Vorausrennen lief das ja eigentlich ganz gut. Okay, was machen wir damit? Oha. Liam hat mir alles erzählt. Vielen Dank für seine Rettung. Auch Leon wird dir sicher seinen Dank erweisen. Oha. Hollerö. Ich habe die Mutprobe bestanden. Ich würde lieber mit dir gehen, anstatt König zu werden. Hm. Na ja. Ich weiß nicht. Auf Dauer würdest du mich wahrscheinlich nerven. Okay, wir haben eine Löwenklau bekommen. Bringt ihr uns was, um weiterzukommen? Das ist die große Frage. Ich gucke mir das mal schnell im Inventar an. Wo werde ich denn die denn finden? Potenzilien oder Waffen? Wäre ja auch mal lustig, so eine andere Waffe zu bekommen. Das ist jetzt aber keine Verbesserung davon. Ne, das ist schon was Neues. Vielleicht ist es wirklich eine Waffe. Mal was anderes wie ein Speer, wäre doch lustig. Hm, es ist eigentlich wieder ein Speer, aber er ist besser. Möchtest du das anwählen? Ja, bitte. Hast du irgendeine Spezialfähigkeit? Wir uns Meisterwaffen. Naja, okay. Hauptsache mehr Schaden. Ja, ähm, aber jetzt weiterkommen. Gut, vielleicht ist jetzt bei dem Fluss was Neues passiert. Könnte ja sein. Ansonsten werde ich jetzt mal, ohne jetzt da noch nachzuschauen, und das hier speichern, weil hier so ein schöner Abschnitt ist. Und nächste Woche geht's dann bei Dreambird weiter. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Ähm, wir müssen wahrscheinlich jetzt die Menschen holen. Ich weiß ja nicht. Dafür müssen wir eventuell nochmal zu diesem Fluss. Ein anderer, neuer Ort fällt mir jetzt nicht ein. So, knapp acht Stunden haben wir schon drauf. Nicht schlecht. Okay, also, dann schaltet nächste Woche bei Dreambird ein, wenn's wieder heißt Let's Play Terranigma.